Was? Das kann doch nicht sein. Ich würde in der Mitte bei S-15 starten. Ja, ich gehe auch Richtung B unterwegs. Ja, dann viel Glück. Trinkt die panzerbrechende Munition irgendwas? Ja. Also die HE-Panzerbrechende Munition. Bei den Secondaries oder bei den Hauptgeschützen? Hauptgeschütz. Ja. Also da... Da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Zumal, weil die auch flacher fliegt, kannst du ein bisschen leichter vorberechnen, sage ich mal. Okay. Aber meine kurze Erfahrung, da würde ich das Blatt eher an Dominik weiterleiten. Das sind halt... Wie viele Millimeter sind das gerade an Durchschlag? 34, dafür 0,6 Kilogramm weniger. Aber ich denke, du bist erfolgreicher, wenn du die HE schießt und die Mannschaft rausnimmst. Also bei den Kreuzungen, die ich bisher gefahren bin, habe ich auch immer mit dem Panzerbrechenden geschossen. Es sei denn, ich kam in den A-Camp. Was bellert denn ihr da schon wieder? Rechts auf 133 ist ein Feind. Bitte. Ah, der ist bei mir noch hinter der Insel. Treffer 61. Ups. Ah, beide. Dominik. Wölf. Wir haben gleich ein Problem, ich sing gleich. Ich sehe es. Ich sehe es schon. Nehmt euch ein Zimmer. Scheiße, das ist falsch. Wir versenken uns einfach gegenseitig. Er ist raus. Beschuss rechts von B. Neuer Spawn links von B. Oh, ist es. 81% hat er noch. 49. Also der, wo direkt hinter B ist. Links oder B? Bei Q25, äh, bei 74 ist der. Direkt hinter B von uns. Wird, glaube ich, auch gerade von allem geschossen, was irgendwie in mir ist. Er ist raus. Weiter kommt hinter. Ich habe alle meine Motoren verloren. 30%. 4% ist gleich raus. Ja. Ach so. Äh, wenn wir von Prozente reden, das ist die Crew. Äh, so man kann ein Schiff in mehreren Varianten rausnehmen. Äh, die generelle ist im Prinzip, du schießt ihm die Crew raus. Und, ich habe keine Ruhe in Richtung. Ja. Der steht direkt einer rechts neben B. Direkt an der Insel. Mit dem B kämpfe ich gerade. Ah. Und Winkel. Ich habe keine Ruhe in Richtung mehr. Äh, ich dreh zu dir rüber. Weiterer Beschuss links vom B, hinter der zweiten Insel. Ja, das ist ein kleines Pötchen. Oh, Choco. Sorry. Ich mache schon Vollbremsung. Hallo, Choco. Da hat sich noch Kuscheln kommen. Ja, ein bisschen. Die Heizung ist ausgefangen. Volltreffer 19. Ist raus. Weiter rechts, Ecke. Insel. Ähm, ich stelle mal auf Flugzeugflag um. Weil der fliegt mich. Da fliegt uns was an. Ja. Das ist ja recht, ich habe es noch heute geklärt. Der macht es aber gut, dass der so lange lebt. Naja, Japaner. Das war ein One-Shot. Links von B. Oh Gott, ich fahr schon auf den Sport. Ist ja aber schuld. Rechts von B kommt einiges. Teilweise auf noch sieben, sechs Kilometer. Triturm, einen schönen Namen, wenn du dich dir. Wie geht's dir? Ja. Ähm, der hinter B hat gerade abgeleicht. Pass auf. also genau der hat abgeleicht laubrichtung tanke ich habe mich aber so nicht treffen weiß ja ob er noch mehr hat gut ein bisschen reggae raden reggae reggae feber bei der jahreszeit auch eine möglichkeit okay südlich von uns sehe ich drei vier stück ich habe schon gesagt ich bin gleich geschickt auf sechs prozent und bäume im weg zu weit im haus hängen geblieben tschuldigung wer auch mal da wohnt dann habe ich gerade sorry noch ein haus ziel verloren sind sie in der insel von mir aus aber hier ungefähr vier stück regneros ww ach stimmt bei ww ist ja auch gerade wieder halloween nein das ist ein normales verwechselt gerade mit ww ist ach ich komme mal durcheinander sorry unser einzelner zerstörer in der fahrung davon zwei seiten von booten bekämpft raketenboote links von b kamerad auf a zu helfen kürzer 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 das sind die deutschen ich weine nicht ich habe gecheatet also ich habe mir die schiffchen als contentpartner ausgenutzt und habe mir die schiffchen die jetzt im neuen patch kamen dazu genommen wir fahren heute in anführungszeichen leider nur die deutschen zerstörer weil wir bei den höheren schiffen also ich habe auch die pensikola und so weiter das problem dabei ist dass wir kein match gefunden haben ach da geht schon unter ok da beschießt mich was ist es nicht süß ich habe gerade ein kanonenboot was auf mich zu führt ich habe es gleich weg da ist aber dafür ein zerstörer ach du kacke ich habe vier fallen flieger draußen büße 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 ich bekomme gerade von zwei seiten auf die fresse bist du beschrift gut hab genug ach das ist das russische premium ding da mit der schnellfeuerkanone ja ich habe den gerade echt gekillt ich habe den besatz von bord geschossen gerade sehr schön ja da ist ein bomb über unserem spawn hallo flak ihr dürft da gerne anfangen da oben den da hochziehen oh gott gdp 2 ist tot ich hoffe sie hat nicht noch ableichen können ne meine flak schießt noch scheiße ich habe noch eine zwei flügel die flieger kommt rein über c ja nur noch ok ist raus 2 bomben 2 bomben 3 sezile zerstört plus die bomben und so weiter spaß machen nur schiffchen mit api beziehungsweise kreuzer alles andere das meisten opfer ja und nein also man kann schon es geht es geht hinter c zerstörer ja komm nochmal kurz im flieger ich versuche mal die ganzen liga zu fangen ist raus noch ein zweiter dahinter na komm schon komm rein na endlich ich bekämpfe das gerade hinter na was richtung b fährt und ähm du beschießt ein zweiter ziel dahinten 30% hinter c ja nice dreh mal hart links ab fahr zwischen den 22 check das kommt wieder auf dich zu also von der zweiten insel rechts davon vorbei und dann wenn du zu den zwischen beiden inseln durch guckst dann kommt gleich auch ein feind schiff auf die ziel ok danke also ich weiß nicht ob du den Ebel siehst noch davor sein nebel sehe ich noch keinen aber da kommt was da kommt was wie gesagt ich versuche erstmal die ganze feindpflege zu machen also ich habe nach wie vor dasselbe problem wenn ich einmal die entfernung habe er trifft maximal drei viermal und dann muss ich neu justieren ja ja also nachjustieren tue ich auch die ganze zeit da kommt ein mini bootchen ok mal gewonnen ey ja was macht ihr da unten den rücken frei halten ja 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 ja